Basel und die Korrespondenz des Erasmus, die Kunst des Briefeschreibens In Basel wohnte Erasmus von 1522 bis 1529. Erstmals lebte Erasmus im Wohlstand, was auch sein Testament von 1527 belegt. Erasmus begann, eine Bilanz seines bisherigen Lebens zu ziehen und seine älteren, noch unveröffentlichten Texte herauszubringen. Dazu zählte die Schrift über das Schreiben von Briefen, De Conscribendis Epistolis, die er bereits in den Pariser Jahren entworfen hatte. Sie erschien 1522. Solche Handbücher waren nicht neu, sondern hatten eine lange Tradition in der Rhetorik und Epistolografie seit der Antike. Aber Erasmus entdeckte in dem Brief eine neue Möglichkeit, die Persönlichkeit zu artikulieren, die in der mittelalterlichen Briefkunst verloren gegangen und die erst von Petrarca durch das Studium der Briefe Ciceros gleichsam wiederentdeckt worden war. Seitdem war das Schreiben von Briefen charakteristisch für den Stil des Umgangs unter den Humanisten geworden. Den überkommenen drei Gattungen der Epistolografie aus der klassischen Einteilung der Rhetorik des Herenius fügte Erasmus eine neue Gattung hinzu, den persönlichen Brief. Er durchbricht die überkommenen Muster und erlaubt es dem Schreiber, unterschiedlichste Stilmittel einzubringen, um den Adressaten zu erreichen. Der Brief unter den Gelehrten stiftet eine Gemeinschaft der Humanisten über die regionalen und nationalen Grenzen hinweg. Fremde können sich durch Briefe miteinander bekannt machen. So entsteht eine Sodalität der Gebildeten, die die Landesgrenzen übergreift. Erasmus war sich allerdings durchaus bewusst, dass diese literarische Republik der europäischen Humanisten im Widerspruch zur politischen Wirklichkeit des damaligen Europastand.